Hey Gamer Rinos, ich bin Marc, ich bemerke mir spielen ein bisschen Hearthstone, ich muss mich ein bisschen abreagieren, nicht weil ich irgendwie aggressiv bin oder so, mal eigentlich schon, Overwatch, das ist eigentlich Overwatch, dort muss ich mir vorstellen, alle 12-Jährigen spielen Overwatch, so fühlt es sich ein bisschen an, das Spiel ist ein bisschen mühsam, momentan, da spiele ich hier, da bin ich einfach alleine, da habe ich keine Team-Member, ich glaube das funktioniert am besten, wir spielen ein Kartenkurs, ähm, nur speziell die Woche, du hast nicht irgendwie Helden, die du kennst, sondern so spezielle Helden irgendwie, naja, ist irgendwie noch lustig, dann hoffen wir, dass wir schnell fertig sind, Michael Tuzad gegen Raffan, die auch ein bisschen speziell, voilà, und schon habe ich gewonnen, so machen wir es, okay, den habe ich aber gerade gefunden, nein, jetzt sollte ich doch nicht, den habe ich doch schon mal gehabt, das ist ein dummes Irr, oh Gott, ähm, ich habe jetzt noch etwas erklärt, mir ist ein bisschen die Aussage von Raffan, genau, äh, zwei Helden, die speziell sind, und der hat spezielle Karten, zum Teil, hat spezielle Fähigkeiten, kann nämlich, jetzt er hier, kann ein Gegner, oder nicht ein Gegner, wie sagt man, ein Diener, der gestorben ist, zurückholen, der Raffan hingegen, hat eine Fähigkeit, die er verstärken kann, am Schluss kann er legendäre Helden, für vier weniger, kann er, kann er, kann er, kann er ziehen, also zwei unterschiedliche Charaktere, ich finde, spielt Raffan, ehrlich gesagt, lieber, weil hier musst du relativ schnell auch damage machen können, sonst hast du das Problem, der Raffan, der kann sich Zeit lassen, ich bin einer, der sich eh Zeit lässt, ich bin auch schliesslich ein Bähner, oh, ist jetzt so ein Klischee gewesen, und da, hm, ach, noch mal, so, dann hast du zum Beispiel so eine, Not der Seuchenfürst, das finde ich herrlicher, ruft jedes Mal, wenn ein feindlicher Diener stirbt, ein Skelett dabei und verleiht euren anderen Dienern, hm, 1 plus 1, das ist noch sehr stark, es ist ein Match, wo in der Regel nicht mehr alle Game entschieden wird, es zieht sich in der Regel, der ist schon cool, äh, weil der tut, wenn er stirbt, noch so einen, so einen Geist auf seiner Seite, der ihm Schaden macht, er ruft, ist auch noch lustig, Kaufen oder Verkaufen? Das ist eine gute Frage, kaufen oder verkaufen? Sprinter? Ja, 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 ja! Okay. 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 So, das muss ich natürlich machen. Sorry David. Er hat eben so Dinge, die er alle weg- und kaputt machen kann. Ich glaube, das ist fast scheiter, wenn ich den machen, den mache ich weg, den mache ich hier weg, so. Ich glaube, so schadet ihm fast mehr. Also, das ist meine Meinung. Könnte mir gerne noch eine andere sagen. Bis jetzt geht es gut, oder? Aber... Bis jetzt geht es gut, oder? Wir müssen ja erst... Early Game. Was macht er? Aha. Okay. Ah, schade. Auf das... Okay. Kann man machen? Das muss man nicht machen. Weil... Auf den... Warum? Das ist ja überhaupt keine Gefahr. Das macht dir keine Schade, auch nichts. Naja... Und ich bin wieder gleich weit wie vorher. Naja... Was habe ich da gegenzaubert? Das ist ja super. Weil wenn er seine Waffen will... Oh, 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 oh. Jetzt, du jetzt kommt... Jetzt. Jetzt. Jetzt willst du es langsam wissen, hm? Ja. Okay. Mein Schicksal ist der Sieg. Wuuuui. Bring mir wieder. Ah, schade. Jetzt habe ich ja gehofft. Komm, etwas Brauchbares. Aber... Naja... Jetzt, irgendwann macht er mal den Swipe und tut mir alles weg. Das wird wahrscheinlich jetzt der Fall sein. Jetzt wäre es wahrscheinlich das dümmste. Wenn es mal so... Oh, ich liebe diese Rüstung. Ich liebe diese Rüstung. Ich liebe diese Rüstung. Ah... Ich liebe diese Rüstung. Ich liebe diese Rüstung. Ich liebe diese Rüstung. McC hast du meinstuch? Das ist in die Hose. Aber er kann immer noch seine Dings aufputschen. Jetzt holt er den raus. Okay. Ich hoffe es tut der Richtige hier. Komm da. Das ist gut. Hier. Komm hier. Ah nein. Füge zu Beginn dazu. Scheisse. Okay. Das ist eine realisierte Kackbreide. Mhm. Schade. Schade. Das willst du wegmachen? War das wirklich weg? Das hat dir schade auf Face gemacht. Okay. Whatever. Ähm. Er hat seine Dings noch nicht einmal upgradet. Ich weiss nicht was er genau machen will mit dem. Aber er hat bis jetzt auf jeden Fall das Ding noch nicht fast upgradet. Ah. Ich weiss nicht was er hat. Okay. 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 er hat schade auf das Ding. Schön. Ähm. Ich beläge ihn jetzt auch den gleich. Ich glaube es kille, weil ich das etwas bekomme. Hier genau. Ich nehme das hier. Hier Duplizieren Und ich tue auch noch diesen Jetzt hoffe ich dass dieser gekillt wird Dass ich zwei von diesen bekomme Und dass er nicht irgendwie auf diesen geht Ich weiss es ist ein riesiger Ok Ok Wer kommt ich? Gut Ja Schöööööön Er spürt gut Geht nicht mit ihm Das war's. 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 Das war's.